Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG-Index-Check am Mittag, präsentiert von der Societe Generale. Mein Name ist Bastian Galuschka und wir wollen uns heute den FUZI 100 aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Der Index aus Großbritannien kommt einfach nicht richtig in die Gänge. Weder Bullen noch Bären können sich derzeit durchsetzen, wie Sie hier sehen. Das geht jetzt schon rund zwei Wochen so. Auf der Oberseite deckelt uns weiterhin dieses Widerstandsband zwischen 7,371 und 7,385 und auf der Unterseite haben sich wie zuletzt auch besprochen die beiden EMAs 50 und 200 in blau und rot hier eingezeichnet als Supports erwiesen. Man kann also sagen, solange diese Range intakt ist, kann man auch in dieser Range hin und her traden. Wer auf Trends allerdings aus ist, der muss sich noch etwas gedulden. Wenn der Ausbruch zur Oberseite gelänge, dann bleibe ich dabei, könnten wir die 7,468 sehen. Also eine solche Variante dann in Richtung dieser Abrisskante vom August, also von Anfang August, als ja diese Verkaufsgeschichte sich nochmal bestätigt hat, nochmal verschärft hat zur Unterseite, die Verkäufer sich durchgesetzt haben. Was könnte auch passieren? Naja, wenn wir jetzt die letzten Tiefs hier unterschreiten bei 7,285, dann würde sich das Chartbild schon etwas eintrüben. Man muss immer ein bisschen berücksichtigen, dass es Intraday auch solche kurzen Stopp-Abholungsaktionen geben kann. Nur wenn wir Intraday drunter fallen, heißt das noch nicht, dass die Range endgültig auch aufgelöst wurde. Das mal als Hinweis. Aber schließen wir da per Tagesschluss drunter und bekommen das dann auch bestätigt am Folgetag. Dann wäre erstmal so ein kleines Stopp aktiviert und für mich die logische Konsequenz, dass wir dann in den oberen 7,190er Bereich, also knapp an die 7200er Marke fallen. Also das wäre hier das bärische Szenario hier runter. Dort könnte man durchaus sich das Ganze wieder antizyklisch long anschauen. Also long erst bei Ausbruch über diese Widerstandszone oder meiner Ansicht nach, wenn wir hier drunter rauschen. Short kann man mal probieren, wenn die Range zur Unterseite verlassen wird. Muss allerdings sich da im Klaren sein, dass es immer mal so kleine Fakes zur Unterseite auch geben kann. Denn je länger so eine Range ausgeprägt ist, desto mehr Marktteilnehmer sehen sie natürlich auch und desto anfälliger wird das Ganze dann für Fehlsignale. Schauen wir uns das Ganze nochmal etwas detaillierter an. Hier im 4-Stunden-Chart die Range also nochmal unter der Lupe zwischen 7,285 und gut 7,370. Zwischengeschaltet der Support bei 7,315. In dieser Range muss man jetzt nicht unbedingt tätig werden. Man kann natürlich die obere Begrenzung eher verkaufen, die untere Begrenzung kaufen. Bei einem Ausbruch zur Unterseite hier nochmal zu sehen, haben wir vorgeschaltet auch noch eine Supportzone. Schlussendlich ist aber dann das große Ziel der Bereich 7200 Punkte. Und jetzt in Richtung Oberseite, dann bietet sich hier diese Horizontale bei 7,468 an. Die Stops müssten dann bei prozyklischen Manövern jeweils über dem letzten hoch, wenn Sie Short spekulieren, oder dann unter dem letzten Tief, wenn Sie für einen Ausbruch auf der Oberseite sich positionieren möchten, in den Markt gelegt werden. Die Aufwärtstrendlinie hier im 4-Stunden-Chart, die wir zuletzt auch thematisiert haben, ist mit der Entwicklung der letzten Tage zumindest schon mal angeknackst und hat nicht mehr diese Relevanz, wie es noch vor einigen Tagen der Fall war. Das heißt, diese könnte man auch so langsam entfernen. Das wichtigste Element ist jetzt hier diese Seitwärtsrange zwischen 7,285 und gut 7,370. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den Index, auf den Leitindex aus Großbritannien, dann habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht mit der WKN ST7 6UQ, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleiche Knockout-Schwelle bei 6,624 Punkten, der Hebel bei knapp 10 und die Short-Variante natürlich auch immer als Absicherungsvariante für bestehende Long-Positionen, beispielsweise auf der Aktienseite zu gebrauchen, mit der WKN ST1 4,04, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleiche Knockout-Schwelle bei 8,049 Punkten knapp, der Hebel auch hier bei knapp 10. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten zum nächsten SG-Index-Check am Mittag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.